Guten Tag, erstmal herzlich willkommen von mir in der Stadthalle in Reutlingen an einem Freitagnachmittag um Viertel nach drei. Ich hoffe, dass die meisten von Ihnen sich langsam auf ein Wochenende freuen. Zwei freie Tage, nicht arbeiten. Das würde ich auch sehr gerne. Ich habe leider das Problem, ich muss morgen arbeiten. Ich habe nämlich noch einen richtigen Job. In meinem wahren Leben bin ich Hochschullehrerin an der ESB Business School und richte VWL in Mathe. Ehrlich gesagt, ein absoluter Traumjob. Ich mache das richtig gerne. Aber dieses Semester muss ich jeden Samstag arbeiten. Sechs Stunden Vorlesung halten, unbezahlt Überstunden. Bei aller Liebe zu meinem Job, da hört es langsam auf. Und warum mache ich das? Das mache ich, weil ich keinen Lehrbeauftragten gefunden habe. Jetzt weiß vielleicht nicht jeder von Ihnen im Hochschulsystem, wie das so funktioniert. Professorinnen und Professoren, sowas wie mich, das kennt man noch, da gibt es 50.000 von in Deutschland. Es gibt 100.000 Lehrbeauftragte, also doppelt so viel. Ohne die wird das deutsche Hochschulsystem einfach nur zusammenbrechen. Das sind Menschen, die einen ganz normalen Job haben, Experten sind und zwei oder vier Stunden die Woche mal eine Vorlesung halten oder eine Übung machen. Manche bestreiten da auch tatsächlich ihren gesamten Lebensunterhalt von, dass sie als Lehrbeauftragte arbeiten. Damit sie eine Vorstellung kriegen, man macht so einen Lehrauftrag immer pro Semester und sie kriegen dafür etwa 1.000 bis 2.000 Euro. Und da kommt das Problem, weil wenn sie 1.000 bis 2.000 Euro, da macht eine Hochschule keine Anzeige in einem normalen Jobportal. Das kostet nämlich 700, 800 Euro. Das lohnt sich nicht. Und dieser Markt ist dadurch total unstrukturiert. Also wenn ich jetzt einen Lehrbeauftragten suche, dann schalte ich eine Anzeige auf unserer Uni-Homepage, die guckt sowieso keiner an. Dann rufe ich vielleicht an der Uni in Stuttgart an, ich rufe in Tübingen an, ich hoffe irgendwie jemanden zu finden, tue es meistens nicht und dann muss ich Samstagsvorlesungen halten. Die Lehrbeauftragten haben das gleiche Problem, die versuchen Lehrauftrag zu finden, schreiben E-Mails, rufen an Hochschulen an und versuchen ihre Jobs zusammen zu kriegen. Und Tobias und ich, mein Kollege aus der Hochschule Rottenburg, haben gedacht, das kann doch so schwer nicht sein und haben unsere eigene Jobplattform gegründet. www.lehrauftrag.com Da können Hochschulen ihren Lehrauftrag einstellen, kostenlos. Die Lehrbeauftragten können kostenlos ihren Lebenslauf hochladen. Wir haben zum Glück nicht wahnsinnig hohe Kosten und finanzieren uns dadurch, dass die Hochschulen dafür zahlen, wenn sie in den Lebensläufen der Lehrbeauftragten suchen. Sind jetzt seit Februar online, wir haben das bisher nur in Baden-Württemberg vermarktet, es läuft ehrlich gesagt ziemlich super. Wir haben über 200 Lehrbeauftragte in der Datenbank, wir haben es jetzt zum Sommersemester sogar geschafft, die ersten Lehraufträge zu vergeben. Leider nicht ich, aber andere waren glücklicher. Und wir hoffen langfristig, dass die Hochschulen einfacher Lehrbeauftragte finden, die Lehrbeauftragten leichter einen Job finden. Und total egoistisch hoffen wir, dass Tobias nicht mehr freitags nachmittags in der Vorlesung stehen muss und ich vielleicht im Wintersemester wieder freie Samstag habe. Dankeschön. Vielen Dank. Applaus